Das sind vier günstige Autos, die dich aber reich aussehen lassen. Nummer 1, der Porsche Boxster. Wer will nicht auch irgendwann in seinem Leben einmal Porsche fahren? Ich denke, den Traum haben viele von uns. Und die ersten Boxster lassen diesen Traum auch schon ab einem Budget von ca. 10.000 Euro wahr werden. Und dafür gibt es ja noch lässiges Cabrio-Feeling mit Sechszylinder-Klang. Nummer 2, der Jaguar XK8. Der Engländer zieht auf jeden Fall eine Menge Blicke auf sich und kann sich mit seinem 4 Liter vor 8 auch hören lassen. Gibt sowohl als Cabrio und Coupé und die günstigsten starten ab ca. 8.000 Euro. Nummer 3, Maserati Quattroporte. Eine italienische Power-Limousine, die nicht nur dich schnell von A nach B bringt, sondern deine Freunde gleich mit. 4,2 Liter vor 8 mit 400 PS. Noch Fragen? Vielleicht nur, wie man die Spritkosten davon aktuell zahlen soll. Los geht's ab ca. 10.000 Euro. Und die Nummer 4, der Mercedes-Benz CL500. Quasi eine S-Klasse als Coupé mit vor 8 und über 300 PS. Damit habt ihr auf jeden Fall einen fetten Auftritt sicher. Geht ab ca. 12.000 Euro los. Welchen davon würdet ihr nehmen?